Ja, mein Name ist Benni Langer. Ich bin Besitzer und Inhaber des Erlebnishotels und Restaurant Fichtenhäusl am Pöhlergrund, hier im schönen Pöhlbachtal. Ja, ich habe vor mittlerweile über zehn Jahren hier im Grunde mit meiner Familie gemeinsam dieses Hotel übernommen, beziehungsweise aus dem ehemaligen Pöhlergrund, was es vorher war, im Grunde ein Erlebnishotel mit Erlebnisgastronomie gemacht. Und aus dem Grund natürlich auch kommt unsere Spielerei, die Gartenbahn Fichtenexpress, auch mit hinzu. Vor gut fünfeinhalb Jahren haben wir also begonnen, hier direkt vor dem Hotel eine circa 120 Quadratmeter große Modellbahnanlage in Spur G, also Gartenbahn, aufzubauen mit dem Schwerpunkt Sächsische Schmalspurbahnen. Ja, und die Anlage wird im Grunde stetig erweitert. Jede freie Minute wird also hier im Grunde in die Anlage investiert. Und das Ganze kommt natürlich unseren Gästen in erster Linie zugute, egal ob Restaurant- oder Hotelgäste. Ja, ein jeder erfreut sich mittlerweile hier an unserer Bahn, die im Grunde von 12 bis 20 Uhr jeden Tag hier fleißig ihre Runden dreht. Und wir setzen natürlich auch hier bei unserer Gartenbahn auf die Produkte von LGB in erster Linie, sprich alle Lokomotiven und auch Wagen, die es natürlich so im Portfolio von LGB zu kaufen gibt. Und ja, das Ganze kann man im Grunde ganzjährig mittlerweile auch erleben. Die Anlage ist wetterunabhängig, heißt komplett überdacht. Und so können wir also auch an ganzen 365 Tagen im Jahr hier im Grunde Fahrbetrieb unseren Gästen anbieten. Ja, zum Hotel noch zwei, drei Worte. Wie gesagt, wir sind Erlebnishotellerie und Gastronomie. Bei uns gibt es 27 verschiedenartig gestaltete Themenzimmer. Das heißt, wenn man bei uns übernachtet, hat man im Grunde 27 Mal auch die Möglichkeit, jeweils immer ein anderes Zimmer zu bekommen. Jedes Zimmer ist ein Unikat, ist individuell eingerichtet und gestaltet. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Gasträume. Also wir haben einen großen Gastraum mit zwei Schnapseisenbahnen. Und wie sollte es andere sein? Natürlich auch hier setzen wir auf die Produkte und die Modelle von LGB. Also unsere Schnapsbahn liefert in Form von Dampf und Dieselloks hier den guten Tropfen bis an den Tisch. Und wir haben natürlich auch noch ein Oldtimer-Stübchen mit Blick direkt hier auf die Gartenbahn. Das ist unser Frühstücksraum. Ja, und dann gibt es natürlich noch unsere schöne Sonnenterrasse direkt hier am Püllbach, wo man also auch im Freigelände dann die Gartenbahn als solches bestaunen kann. Ja, das Ganze gibt es, wie gesagt, das ganze Jahr bei uns. Egal ob Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Wir bieten unseren Gästen im Grunde das ganze Jahr über verschiedene Programme an. Aber natürlich das absolute Highlight und mittlerweile auch der große Publikumsliebling ist unsere hauseigene Gartenbahnanlage. Ja, super. Untertitelung des ZDF, 2020 Benni, zum Wohl, auf eine gute Zusammenarbeit, es hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen und ich glaube, dass wir uns auch öfter sehen werden, wieder LGB, aber auch hier im Hotel. Gerne, eben so, vielen Dank. Vielen Dank.